In diesem Video gebe ich dir einen kleinen Einblick in das Krankheitsbild der Präeklampsie. Die Präeklampsie wurde früher auch als EPH-Gestose oder Schwangerschaftsintoxikation bezeichnet. Sie beschreibt eine hypertensive Erkrankung, welche die Schwangerschaft und das Wochenbett komplizieren kann. In seltenen Fällen tritt sie erst bis zu 14 Tage nach der Entbindung auf. Charakterisiert wird die Präeklampsie traditionell durch die prognostischen richtungsweisenden Leitsymptome der Hypertonie, der Proteinorie und der Ödeme. Daher auch der frühere Begriff EPH für Edema, Proteinorie und Hypertension. Neben den genannten Leitsymptomen berichten Betroffene über Schwindel und Kopfschmerzen, aber auch Benommenheit, Sehstörungen wie Augenflimmern und auch Übelkeit und Erbrechen treten auf. Der Arzt kann gesteigerte Reflexe, also eine Hyperreflexie feststellen. Zudem kommt es in 20% der Fälle zu einer Leberbeteiligung und damit einer Erhöhung der Leberwerte, wie Transaminasen, alkalische Phosphatasen und Bilirubin, welche laborschemisch nachgewiesen werden kann. Ein Bluthochdruck in der Schwangerschaft entwickelt sich in etwa 5% aller Schwangerschaften in Westeuropa. In 70% dieser Fälle besteht eine Präeklampsie, in 30% ein vorher schon bestandener, nicht diagnostizierter Bluthochdruck. Häufig betroffen sind Erstgebärende und Frauen über 35 Jahre. Weitere Risikofaktoren sind das Auftreten von Präeklampsie in einer vorangegangenen Schwangerschaft, Mehrlingsschwangerschaften, vorbestehender Bluthochdruck, Fettleibigkeit und Diabetes mellitus. Autoimmunerkrankungen erhöhen zudem erheblich das Risiko für eine Präeklampsie. Hervorzuheben ist hier das Antiphospholipid-Syndrom, welches als schwerwiegendster aller Risikofaktoren das Auftreten einer Präeklampsie oder auch Eklampsie um das Neunfache begünstigt. Allgemein sind die Ursachen für eine Präeklampsie nicht eindeutig geklärt. Bei Verdacht auf eine Präeklampsie muss die Betroffene unbedingt ins Krankenhaus eingewiesen werden. Zur Diagnostik sollten zunächst mehrere Blutdruckmessungen erfolgen. Die Ausscheidung von Proteinen im Urin sollte gemessen werden. Dies sollte für die Diagnose nicht mittels Urinteststreifen durchgeführt werden, da Schwangere auch physiologischerweise vermehrt Proteine ausscheiden, sondern entsprechend mit einem 24-Stunden-Sammelurin. Die Urinteststreifen können zur Verlaufskontrolle verwendet werden. Obwohl die Ödeme diagnostisch an Bedeutung verloren haben, können diese mittels Gewichtsmessung zur groben Verlaufskontrolle dienen. Von einer Präeklampsie spricht man, wenn ein in der Schwangerschaft neu aufgetretener Blutdruck von über 140 zu 90 oder eine Steigerung um mehr als 30 zu 15 mm Hg und somit eine durch die Schwangerschaft induzierter Hypertonus vorhanden ist und im Urin der letzten 24 Stunden mehr als 300 mg Protein pro Tag gemessen und damit eine Protein-Uri bestätigt ist. Die einzige kausale Therapie ist die vorzeitige Beendigung der Schwangerschaft. Nach der Geburt verbessert sich der Zustand der Mutter in der Regel auch schnell. Als ältere Frau hat sie jedoch ein sehr hohes Risiko, erneut Bluthochdruck zu entwickeln. Da die Ursache der Erkrankung bisher unklar ist, sollte man mit der Behandlung der Symptome vorsichtig sein. Insbesondere der Versuch, Ödeme mit salzarmer Kost oder gar Entwässerungskuchen zu bekämpfen, führt in der Regel zur Verschlechterung des Gesundheitszustandes der Schwangeren und auch zu einem bedrohlichen Zustand des Fötus, der dann oft nur durch einen sofortigen Kaiserschnitt gerettet werden kann. Kinder, die Wochen bis Monate zu früh auf die Welt kommen, kämpfen oft mit Hörnblutungen, Atemnot-Syndromen, Nierenversagen oder Augenschäden und bleiben möglicherweise ihr Leben lang in ihrer Entwicklung beeinträchtigt. Eine unkontrollierte medikamentöse Senkung des Blutdrucks kann zu einer Unterversorgung des Fötus führen und sollte daher erst, auch zum Schutz der Schwangeren, bei ständigen Werten über 170 zu 110 mm Hg erfolgen. Der Blutdruck sollte insgesamt aber nicht unter 140 zu 90 mm Hg gesenkt werden, um einen sogenannten erfordernes Hochdruck des Kindes nicht zu stark zu senken und somit das Kind nicht zu gefährden. Durch spezielle Präparate kann durch eine Weitstellung der Uterinengefäße einerseits eine effektive, für die Mutter notwendige Blutdrucksenkung erreicht werden und gleichzeitig die kindliche Versorgung weiter sichergestellt sein. Aufgrund des Eiweißverlustes durch die Proteinurie muss durch die Ernährung genügend Eiweiß zugeführt werden. In schweren Fällen muss mit dem Auftreten von Krampfanfällen gerechnet werden. Der Verlauf einer Präeklampsie ist progressiv und schwer vorhersagbar. Jede diagnostizierte Präeklampsie bedarf der stationären Aufnahme und engmaschiger medizinischer Überwachung. Als schwere Komplikation der Präeklampsie können eine Eklampsie oder das HELP-Syndrom auftreten. Grundsätzlich muss eine sorgfältige Risikoabwägung unter Berücksichtigung der Gefährdung für Mutter und das ungeborene Kind vorgenommen werden. Durch Blutdrucksenkung allein kann eine Verschlimmerung nicht verhindert werden. Das Risiko einer Frühgeburt und lebensgefährlichen Blutdruckentgleisungen der Mutter steigt mit dem Schweregrad der Präeklampsie. Deshalb ist die Kontrolle und allfällige Einstellung des Blutdrucks sowie die Messung des ausgeschiedenen Eiweißes im Urin im Rahmen der Schwangerschaftsvorsorge von großer Bedeutung. Die Symptome bilden sich nach der Entbindung, ob spontan oder forciert, entsprechend auch zurück. Spätschäden am Kind sind heutzutage sehr selten geworden.